hey, da ist ein Zäppling, ich wollte Zäppling sagen und habe daraus Zäppling gemacht und machen dann was zum Ofen schonmal, zack und jetzt bauen wir die wieder ab, ich brauche Boonmehl wenn ihr Skelette siehst, bring die bitte sofort um, weil ich brauche Boonmehl Boonmehl Rosamma, Bengladen, Silberwut ich glaube, ich habe wieder einen Spawner gefunden ja, nimm alles mit, was du finden kannst, weil das dauert noch ein bisschen hier jetzt gerade du musst ja nicht so viel reden, ansonsten hast du doch wieder Halsschmerz naja, das dauert noch nicht wie kriege ich jetzt hier die Sherrys aus dem Kackbaum? keine Ahnung naja ich habe gerade unmenschlich viel Kohle gefunden ich habe schon 16 rotes Holz das ist gut Kohle, 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 Kohle Kohle, Kohle, Kohle ich suche erstmal ein bisschen Kohle damit ich da Eisenschmelzen können, was ich gefunden habe Kohle, Kohle, Schubidu, Kohle, Kohle, Schubidu, Kohle, Kohle, Schubidu, Kohle, Kohle. So, erstes Kiste wird verkackt noch mal Tools Kiste. So, knallen wir alle Tools rein. So, hier sozieren. Kohl rein, Kohle, 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 Kohle. So, nein, na! Zack, jetzt haben wir erstmal wieder Sticks. Bäm! Dieser T-Rot-Mod wär eigentlich voll geil, wenn du so Sentry Guns bauen kannst, die einfach so automatisch hier auf Tiere schießen, oder Zombies und so. Stand reactiviert. Weeg! Schnauze! Ich bin am Arbeiten. Komm, wir spawnen, ihr Blödenbäume. So. Jetzt... Oh, hier geht's gar nicht weiter runter. Entschuldigung. Das ist natürlich hervorragend. Dass es hier gar nicht weiter runter ist. Aber dafür habe ich Kohle gefunden. Ich glaube, der Kohlevorrat wird uns jetzt nicht mehr so schnell ausgehen. Das würde ich immer hoffen. Ohne Kohle ist hier nix los. Leute. Hab ich nicht da gerade aufgedeckt. Leute, ich schalte. Schlamperei am Bau. Ach, mach mal geil, ne? Ich glaube... Nicht besser wie der da hinten, ne? Ne, doch nicht. Wo sind die Spinnen? Nein! Verdammte Kacke. Da, da, da. Da, da, da. Sind, wir sind. Wie ist es da? Wie ist es da, wir sind? Da, 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 da. Da, da, da. Was ist es? Wir sind. Wir sind. Wir sind hier. Ich kann das Holz nicht schräg platzieren, das geht mir auf die Nüsse. Wo sind die Spinnen denn hier? Wir machen aber was anderes hin. Ja, das finde ich total fail. Oben kommt eine Schicht hin und unten. Hammergeil. So, sind die schon wieder weg? Gibt's doch nicht. So, wir machen aber das Haus, man. Das ist schöner. So ein Schnieke machen wir jetzt. Cool ohne Ende. Das kann nicht sein, dann platziert er sofort weg. Diese verstellbare Heulen sieht mir aus. Das kann nicht sein. Und zwar... Schade. Erdscherbe. Da haben wir doch schon voll viele von. Hatten wir zumindest. Glaube ich zumindest, dass wir welche hatten. Zumindest habe ich mal welche von in der Hand gehalten. Ob die immer noch haben, kann ich nicht sagen, aber ich glaube schon. So, davon haben wir jetzt mittlerweile genug Setzlinge. Langsam wird das ja hier mit dem Licht. Licht, ne? Wo ist denn die denn? Oh, was kommt denn da noch? Na super. Ja, ja, ja. Von mir grad auch nicht voran, ey. Na klar, da die Stimmen bei dir sind. Ne, ich hätte meinen Sound gar nicht gern. Verdammt, was ist denn die Vieche? Aua. Was soll denn sein? Kann nicht wahr sein. Boah, ist halt grad am ruckeln, aber mega fett, ey. Ne, bei mir nicht. Au. Au. Ah, ich hab den Spawner gefunden. Endlich. Alter. Oh, klar. Eier ist auch ne Heiden-Arbeit. Oh ja. Okay. Da 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 Oh ja wie Musik die ist Da 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 Biroisen Tim Scheiße Schon wieder so ein Enchart mit Buck Was ist denn da drauf? Äh dasselbe Nur Knockback 1 mal geil haben wir doch schon zwei aber ich hab keinen platz mehr nein tja da musst du rauswerfen muss ich irgendwas wegwerfen was werfen wir denn weg spinnenaugen brauchen wir nicht kann man zum braun benutzen wats mädchen macht zit absort ja warum nicht ich stelle mir jetzt gerade bildlich vor brauchen wir eigentlich auch nicht oder ne in der regel nicht vielleicht kann ich das hier auch noch machen ja komm mach mal ach ja stahlhelm brauchen wir den ja ich hab keinen platz mehr was die rüstung angeht brauchst du immer irgendwas also russi sollst du immer da ja ich weiß nicht was du alles hast brauchen wir das können wir hier aufbauen wir brauchen es nutzen ich mein sein du willst mein feuerstein in der hose haben ne ne irgendwo brennt es hier unten die müssen aber richtig hart hier brennt es boah das sieht richtig nice aus wir haben jetzt oben ganz oben an der wand immer so einen roten streifen mit also mit rotem kirchholz ausgestattet das sieht jetzt richtig geil aus jetzt also nicht die ganze wand immer weil das sah ein bisschen kacke im schlafen so noch was jetzt haben wir da über die runden dinge rum drüber ich höre immer noch spinnen so warum red das doch hier jetzt hab ich ja kaputt gemacht ey oh mein Gott na 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 so man so 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 Vielen Dank.